Oh, ich hasse Fledermäuse. Oh, Renanis! Du hättest dich nicht beleidigen sollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Genau, das war's. Ich glaube, die letzte Folge darf ich wieder begrüßen, oder? Was? Äh, ich möchte es heute auch, ähm, Spezat der machen, weil ich hab jetzt schon ein Eisen, Spezat, ich mach dir schnell an, ja? Ist okay? Ja, mach. Fast, das ist das. Okay. Ähm, hier? Äh, neu, ich kann dich abschneiden. Was kannst du? Ich kann dich abschneiden, so dass du halt nur noch, dass nur dein Kopf sich beißt. Und wie machst du das? Mit dem Redpoint hier, weil der hat so eine Text. Ah, ist doch egal. Ja, interessiert mich jetzt irgendwie auch wenig. Egal, wir müssen jetzt hier weiter. Wir müssen. Also wir gehen weiter zumindest, also ich gehe weiter, was willst du machen? Ach, ich hatte schon, danke, dass du mir das auch sagst, ne? Was? Das ist schon ein Eisenspieler, genau. Ja, ich hab dir, ich hab dir gesagt, ich mach dir eine. Ah, fuck, ich sterbe. Ja, ich bin tot, aber, fuck. Ah, ich bin tot, aber ich lebe noch. Äh, ja, freute dich halt zu mir, es ist ein Let's Play und da. Cheaten wir einfach, ne? Wo bist denn du hin? Ich bin ganz oben. Weißt du, wo? Ähm, nein, warte, wo bist du? Wo gehst du hin? Nein. Nicht in die Richtung, komm mal. Hier hoch. Das ist eine Spinne. Ich weiß nicht, ob das Zeug zum Krampen wird. Wer der sei denn so gemacht. Der sei denn so am halt. Bist du da? ich hab dir hier wo ist die spinne die ist jetzt irgendwie weg an das 1 für immer in ihren spinnen so ein eisenschwerf ja warum hast du mir ganz mitgemacht ich wusste nicht dass du einsam halbes herz scheiße scheiße die geht noch gut ja ich glaube dass ich jetzt hier mal die auch seit links weg werfe weil wenn man hingeht sollte man nie so ein voll volles in etar haben das werfe ich auch jetzt das hier weg das werfe ich weg das werfe ich weg das werfe ich auch weg jetzt brauche ich was zu essen weil mit einem halben herz kommt ein bisschen leid echt ich habe volles herz ich muss das wort ein flash essen ich habe es jetzt schon ein paar materialien greve weg also das kommt hier ganz vorne hin dann kommt das hier so rum so jetzt nehme ich die kohle auch wieder mit ich glaube wir ziehen weiter gleich ich kann auch schon mal alles wieder ab ich muss mich noch ein bisschen erholen auch muss das habe ich gerade mein letztes fleisch weggebracht vielleicht auch ich werde ich hätte oben noch ein paar sachen holen können während ich und das leg also oben war ich habe alles mein holz zurück weg geworfen das kann man noch im ofen brennen werf's doch weg nein wirst du sie brauchen denkst du dann kann man seinen ofen schmeißen ja der ofen ist aber jetzt gerade existiert hast du noch eisen gerade eben ja ja welches bekommen was ich gerade eben wieder welches bekommen schon noch nicht gebrannt ist okay dann stelle ich hier noch einen ofen hin und den crafting teil bestelle ich daneben hatte ich habe die nicht da hinten abgebaut weil das eisen ja vielleicht sollten wir zusammen bleiben ich sagte so was für alle sind vorne oder was haben wir an ende aber lapis dazu für lapis dazu tust du alles da bist du ja da ist ein ofen du weißt wo da kannst du ein zeug brennen warte mal komm mal hierher gleich holkert gold ab jetzt habe ich das ganze gold weg mitgenommen wo bist du wo hier gerade eisen mit der eisenspitze ab warum baust du eisen der eisenspitze ab weil es mir mit einem stein zu lange dauert ja jetzt hast du aber die steine umsonst gemacht wenn ich damit bei euch den normalen stein hier unten gehe ich meinen gang weiter runter so ist der bleib das war es gar nicht so hier noch ein kohle mit also mehr als der kohle werde ich wahrscheinlich auch schnitt an auskommen hier hinter hier ist dieser riesige diese riesige schacht oder kreuzer hier hoch rufen wir auch da links und pack dein schwert aus ja habe ich pack dein ding aus das ist riesig ähm ich hab keine Fackeln ich schon weil ich mach mir schnell welche ach dann ich kann mich eben geschützten wenn ich fackeln mache ich hab mir fertig ich hab dich äh ich hasse das nicht das ist so schlimm oh ich hasse Fledermäuse oh rennhannis du hättest dich nicht beleidigen sollen warum ist der explodiert warum ist der explodiert manchmal frage ich mich was wir eigentlich können denn warum wir dieses sehr 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 anspruchsvolle spiel überhaupt spielen ich glaub sie nicht für uns gemacht ja zu hoch für uns zu robert carol grobe carol ist schwieriger als ein nein würde ich sagen weil robert carol muss man ja was machen dann muss man sogar schreien was machen doch alter riesige eisener äh ich hab zum ofen gewünscht damit du das eisenbrennen kannst jetzt fast du nicht benutzen das ist mir egal ist mir egal sauviel spinnen ich hab's leider fuck ich hab gar nicht klar was dann ist ich hab nochmal ein eisenschwert das ist mir ich hab' es war er ich bin ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich bin ich bin ich bin oder? Ich vergib's n bisschen. Wobei, ich bin ja doch grad mehr. Lass ich eben vorbei? Boah, sind das die denn? Ja, wobei. Hats. Ach doch. Die sind so klein und groß. Hä, was, was, was machten die Spiele da oben? Also ich, ich wurde grad nicht versprichtet. Also was, was eigentlich noch ein geiles Feature wäre? Das ist Minecraft, wenn man einen Menschen tötet. Halt einen. Vielleicht. Mach mal Fackel. Ach nee, okay. Ich könnte jetzt was zu essen brauchen. Ja, ich hab leider nicht. Ich hab was mit Fleisch. Nee, hab nix. Du hast die zum Kugel. Dann komm ich zum Spinnauge. Hm. Ja, Spinnauge. Danke, dass du kam aufgestanden. Das ist auch nicht meine Schuld. Was? Ich näher noch ein paar Spinnen mit zum Mittwoch. Guck mal, mit Spinnen kann man schön Pfeile machen. Äh, Bogen meine. Und Pfeile können wir noch zum. Wurde ich damit saubern Eisengang kaputt mache. Das ist mir jetzt irgendwie dumm. Guck mal, wir haben jetzt noch... Oh, Haltkrieper. Gibt du Luft? Nein. Oh sorry, jetzt hab ich nicht geschlagen. Danke, ich hab nur noch ein halbes Herz. Sorry. Wenn du da vorrennst. Was soll ich jetzt machen? Du musst jetzt vorgehen. Ähm. Geil. Wenn ich noch alle erwischt werde, dann geh ich drauf. Ah, guck mal, ich hab meine Zeugen, die ich runtergeworfen habe. Ich, also ich, ich liebe Höhlen-Toren, aber wenn man zu lange in einer Höhlen-Tore war, würde ich sagen, es sei eigentlich nur langweilig. Hier ist ein Enderman, hast du schon gehört? Nein. Hast du auch den Enderman gehört? Ich bin grad mit anderen Sachen beschäftigt. Nicht sterben? Ne, das ist natürlich alles. Ja, aber wenn du stirbst, denk mal an den Vorteil. Wenn du sterben würdest? Dann hab ich keinen Hunger mehr, klar, aber... Ja, sterben. Mach! Fuck! Sind da viele Tiere! Ich hab jetzt Werd' nicht in Hand gehabt. Uh! Ach so, das ist ein Zombie. Ey, guck mal, die KI ist ja echt schlau geworden. Die KI ist ja echt schlau geworden. Die KI ist ja schlau. Ja, der Zombie ist ja nicht. Guck mal, ich bin mal krass. Ist da das Fleisch? Das will ich. Meins. Da unten ist ein Enderman. Das ist mir egal. Guck mal, wir gehen weiter. Zombie? So, ich stell mich jetzt hier in die Ecke? Extra natürlich. Mannes, halt mir, wo bist du? Mannes, halt mir, wo bist du? Ich muss jetzt mir Fackeln machen. Mannes, Hilfe! Mannes, Hilfe! Wir cutten nicht im In- und Haar. Wo bist du? Ich steh in der Ecke. Wo ist die Ecke? Ich weiß es nicht. Welche Ecke? Ich weiß es nicht. Welchen Namen hast du? Wer bin ich? Das wollte ich auch mal fragen. Ich sag mal, wer du bist, aber naja, dazu sei ich es einfach mit mir. Also, das schwert wieder in die Hand. Ah, jetzt müsste dieses Spiel ab 18 sein, weil man hier mit Untoten spielt. Mannes. Das ist, äh, einfach nur Scheiß Stark Brutal. Das werde ich mal dann der Mutter erklären, Tim. Ja, die Folge ist vorbei. Na gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Das nächste Mal darf ich sogar wieder begrüßen Und ja Bis dann Tschüss